so willkommen wieder zurück wir machen natürlich jetzt hier mal power power go nehmen wenn sie du kannst du essen dass du jetzt hierhin gehst ich will ich wieder kommt da ist so händeküssen da komme ich schnell ran rosa anbieten landschaftlich küssen jetzt sind beide konkret nichts wenn sie aufkacken wenn sie muss also noch arbeiten gehen noch mal heute morgen alles klar das dürfte hoffentlich klappen du erotische austausch da muss man doch jetzt mal knick nach machen können verführerisch sein das war noch so schön dass sie ja komplimente machen heiratsantrag machen sind so eben gute freunde geworden dann machen wir natürlich noch knuddeln und das soll ja nicht von der vorkunde heiratsantrag ich hoffe ich darf auch ich darf auch ein heiratsantrag machen leute wir kriegen das sind wir können sie heute verheiraten lassen sind sie eben verlobt oh ist das geil ist das geil angestreicheln angestreicheln ich möchte eine frage stellen das passt genau zu mir rosa anbieten und dann wollen wir sofort heiraten möchte ein großes plan weil wir haben kaum freunde ja das ist sowieso eine sache die mehr hier meistern kurz ja das sei schön ring damit sind wir verheiratet mal gucken wie lange das schild das verheiratet sein aber jetzt sind wir verheiratet ja genau sind wir erstmal verheiratet aber wir können keinen technischen möchten machen programmieren müssen erreichen tagesaufgabe spielen äh ja muss in einer stunde auf arbeitzeit ist mir jetzt aber auch egal wie er so an sich hohen hat da keiner auf arbeit ist ach du scheiße bilden sind die bürger schlecht dann musst du halt wieder aufräumen warum aus halt jetzt so ja ich weiß es ist nicht richtig aber so da ist es noch du solltest es eigentlich aus ja an wen sind denkt sie denn das schon wieder hm ja warte 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 äh ja telefon ich kann doch so und dann bitte tun wir erstmal die das mal aufholen und deshalb muss er nämlich oder ein becken um es weg zu werfen jetzt muss er mich auf arbeit anrufen genau so würde ich das auch sagen da müssen wir jetzt erstmal mit einmal noch bauen mülltonne müllschlucker mülltonne 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 kein reiner verschwärts sieht doch gut aus da passt rein so dann soll tadi das mal nochmal kurz wegwerfen dann gucken wir mal ob wir im nächsten part das hinkriegen dass die beiden noch ein techtel mächtel machen aber bisher weiß ich nicht wo ich das finden soll mir wird das nicht angegeben was richtig richtig schade ist mein umfug freundlich wird es nicht nur sein ja mal gucken bis zum nächsten mal würde ich sagen sagt der mn sie so momentan bekommt ihr ja ich habe einen freien tag bekommen alex geht noch mal schnell auf toilette in zeit total ist alles weg wirft hier ich habe gerade auch eine nachricht und bekommen ist mir relativ egal den drei ports nehmen möchte ich nämlich aufnehmen tani hier ist noch was bist du weg ach so geräumt jetzt erstmal so allgemein auf ok und alex bitte reden über nein reparieren ersetzen und was kann schlimmes passieren so jetzt haben wir lockerer unterhaltung ok leidenschaftlich küssen händeküssen ok das war's also wo müssen wir uns jetzt hier durchlaufen lassen, nachdem man jetzt erstmal alles reparieren tut. Oder kann. Dann tut er mal durch plündern. Und das hier dann wegwerfen. Und... Filt bei... Ich hab doch... Ich hab doch einen Tag Urlaub. Level 2 ist Programmieren. Das können wir jetzt hinkriegen. Kontakte, Haushalt, Programmieren, wirds schreiben, mehr Auswahl, Notizbuch. Ah hier, Programmieren üben. So, und Talichen. Die muss morgen um 17 Uhr auf Arbeit. Mensch, da hat's aber noch Zeit. Ist das so müde? Nö. Dateplan. Ja, Date ist sowieso so eine komische Sache. Wenn Sie bitte eher erstmal das hier alles machen. Verschweire jetzt. Programmieren, erworben. Danach geht sie bitte kalt duschen. Äh... Äh... Einiglich machen. Das reicht vollkommen aus. Ei, 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 ei. Keines mit anderen Samuels über... Tiree, nix, technisch. Ah, ich glaube, das ist schon eine gute Rollenverteilung, die wir hier aufbauen. Wenn Sie da, äh, Computer-Specialist, Computer-Freaker oder sonst was. Und Tali, die... Was war das? Sängerin oder sowas. Platz noch, um es für die Arbeit zu tun. Abgeschlossen. Da wird Säule getan. Merkmal noch mal eben. Und das wird aufholen. Mh... Hykiene. Dampfdusch. 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 Dampfdusch nutzen. So muss es sein. Dampul kaufen. Ja, also Hier könnte man noch Polen bauen, ja Wie toll ist denn der? In 300 in Fels Also bis ran geht das nicht 3000 Dann brauchen wir natürlich noch eine Pool Light da Boah, ist das teuer So, Nancy, du hast einen Pool gekauft Das reicht, oder? Spielzeug, nein, nein, nein Hier, rundschwimmen Mach das mal, meinen Sie Damit auch mal ein bisschen Schwimmen tue ich ja relativ Das tue ich gerne Ah, Pool sieht scheiße aus Weil es so ein Länglicher ist Das geht ja jetzt im Prinzip Und hier können wir so einen Pool machen Sag mal, wie sieht es denn aus? Aha, aha, fitness Aha, ich habe jetzt auch fitness Ja, das hört sich noch gut an Ganz schnell, denke ich mal Gefühlt So, du musst morgen auf Arbeit Deswegen gehst du eine Runde schwimmen Energie gelangen, schwimmen Geh schlafen Ich muss das mal auf Gitarre zu spielen Das nervt Das sieht komisch aus, wie sie schwimmen Eine lange Unterhose, also Badehose Oh, nicht mein Stil Das sind alle Es fehlt nur noch die Mutter, die munter ist Ui Ich fühle mich sehr unwohl Die muss dringend pieseln Achso, sie muss dringend pieseln Ja, dann geh mal Hey, ich habe gedacht Das soll sie so schrittlange wegräumen Was bringt Was Aha Aha Okay So, da ist sie Noch nicht auf Arbeit Achso, nee, 17 Uhr Oh, sie ist wieder krokett Ich würde gerne mit Menzi jetzt hier mal Neidenschaftlich küssen Verführerisch sein Rose anbieten Ich würde mal mit dem Ficken jetzt Richtig, richtig hart ficken Kusshauchen Äh Knudeln Oh, ich fühle mich sehr unwohl Menzi Du gehst freiwillig an die Gitarre Du heilige Scheiße Und lockere Unterhaltung Äh Massage anbieten Ja Können wir ja auch machen Tag war schön Zweideutiges Gespräch Ui, jetzt fängt es sehr gut an Oh, der Computer ist kaputt Romantik Hm Irgendwie kriege ich die Weile nicht ins Bett Das ist ein kleines Problem Wo müssen wir jetzt das dort hin Sehr kokett Hinten halten So ist es doch richtig Liebe erklären Küssen Küssen Schmutzigen Witz erzählen Herr Führerisch flüchtern Flüchtern, genau Flirten Küssen Halt Haha Sitzel Rangel küssen Himmel Kukett Sinnlicher Austausch Aha Dann muss das doch bald sein oder Wangen streicheln, küssen, ewige Liebe erklären, Romantikus, Knudeln, Romantik, Hände halten. Bensi, du kannst auch mal was machen. Äh, Rosa, oh jetzt kommen wieder die ganz normalen Sachen. Rosa anbieten, Hände küssen, aufreißen, posieren, leidenschaftlich küssen. Mensch Bensi, jetzt geht es mal richtig los bei dir wieder. Rosa, nee, aufreißen, posieren. Aufreißen, posieren. Was ist denn das hinten? Achso, ausgehungert. Äh, ich will für Gefahren stellen. Verführerisch sein. Erotischer, ey, komm, jetzt muss es doch mal. Romantik. Ey, das gibt's doch nie. Dali? Achso, die läuft. Ja, und Nancy, du darfst jetzt auch was essen. Jetzt ist es aber der Haupt. Die ganze Zeit fast verhungern. Dann reparieren wir mal selber. Und dann soll er mal eine Runde schwimmen. Schwimmen mit Tali. Wenn sie wieder da ist. Weil es ist ziemlich warm. Ich stecke mich auch gerade in meiner Wärme. Es ist ziemlich warm jetzt. So, da wärmer natürlich auch schon am Ende des Partes. Aber ich frag mich, warum können wir nicht ficken? Richtig, richtig fett ficken. Eieiei, tut mir leid. Ja gut, Leute, dann müssen wir es jetzt auf nichts mal verschieben. Und wenn euch eine ganz platt gefallene Kippen auch noch, wenn ich den Domen runden schreibt, mir kommt darauf natürlich mehr davon sehen. Oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Männis und Volt. Ciao, ciao.